Und mit den Männern, wenn ich daran denke, dann kriege ich Sehnsucht. Und dann tut es mir weh, wenn ich daran denke, wie wunderschön alles sein könnte. Wenn die Dinge anders sein könnten. Es wäre nämlich alles total schön. Da wirklich, wirklich wunderschön. Gute Idee. Tja, wenn man so ein Fuchs ist wie ich, braucht man kein Picket. Hey, was hast du da? Hey, das ist meine Großmutter. Hola, du hast aber ein hübsches Stimmchen. Für deine Großmutter, oh, keine Sorge, die wird schon nicht zu kurz kommen. Du bist wie ich. Nichts, nur noch nie. Untertitelung des ZDF, 2020